So, da bin ich wieder zurück. Weiter geht's. Übrigens danke an den D-Follow, für wer auch immer das war. Das wird eigentlich nicht angezeigt. Da müsste es auch mal ein Lutz viel geben. Danke für den D-Follow. Ich sehe es aber in Anzeige. Ein Follower weniger. So, können wir hier vielleicht doch von hier aus. Ja, können wir auch. Sehr schön. Dann können wir das vielleicht... Das habe ich noch nicht probiert. Vielleicht können wir hier... Ja, ganz genau. Und jetzt können wir... Ja, so sieht es aus. Und zack, da haben wir beide, wo wir sehen sollen. Jetzt müssen wir selbst noch da rüber und... Die Dinger hier aktivieren. Okay. Ich komme ein bisschen dort mal raus. Was holen wir uns da? Ja, die sind schon hier. Ein bisschen Lutz. Die können wir zwei mit aktivieren. Danke. Zuerst mal die Drohne kaputt machen. Und dann kommen wir damit... Okay. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Okay. Die Eltern, die sie anrufen möchten, lieben sie nicht. Liegen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. So viele Bilder von Drohnen. Was soll denn das? Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause. Dass sie von ihm nichts mitkriegt. Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch fünf Kammern. Na toll. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ah ja. Ja, also... Ein weiteres Spielkrieg des Rätsel. Müssen wir die Umleitung gucken, ob wir hochfliegen lassen. Okay, das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Okay, da ist die erste. Jetzt wollen wir wahrscheinlich noch mehrere lösen. Dazu zwei. So, we're gonna go down. Und hier? Ich komme jetzt hier und ich bin hier. Ja. Okay. Vielleicht können wir die Würfe da um die Hunde werfen. Ich weiß nicht, dass wir die Hunde bringen, wenn die Würfe da ist. Ja, jetzt sind wir hier. Ich darf da mal ein Blick draufwerfen. Das müssen Sachen sein, die da ist nix. Was ist das? Was ist das? Okay, da werden wir hier. Oh Vielleicht Das wäre sehr extravagant Und das ist auch nur ein Leiden. Ja, das ist wirklich nichts. Das muss dann ja. Ja. Okay. Okay. Lots of money. Ja, es hat irgendetwas passiert. Ne, aber so weit können wir hier nicht. Es ging gerade irgendwie nur bei mir. Dann müssen wir den hier hinstellen, das geht nicht. Irgendwie müssen wir da rüber kommen. Irgendwo hast du dir gefallen oder? Oh, 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 oh. Ich hab keine Ahnung mehr. Hier ist auch nichts außer hier. Dann wäre noch eine Frage, wie kommen wir hier über? Ich hab keine Idee. Hier ist noch ein Katapult, ob das hilfreich ist. Ich weiß ja nicht. Das ist nur so viel ganz nach oben. Hm, vielleicht kann man damit was anstellen. Ich hab keine Idee. Das muss es natürlich auf der anderen Seite sein. Da wird ja geschossen. Jetzt müssen wir noch rüber kommen. wenn wir das anstellen wollen wahrscheinlich genauso wir müssten ja von während bei hier drüben ist doch ein Kampel wir müssten mal schießen das war das im Ranschen das wird doch niemals sagte er ok das hätten wir und wir müssen auch von oben so gehts das müsste irgendwo hier liegen ja das gehts auch Das war ein Blitzschnellreng hier. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, vor allem weil hier noch so eins ist, aber es ist doch ein bisschen seitlich allein, glaube ich. Ich muss nicht mal bei den Punkt, aber wie kommen wir denn? Wir müssen dann wirklich durchgehen, dann noch relativ genau. Das ist... Oder so? Au. Au. Und jetzt ein Tablet. Au. Hüpft doch mal. Hey, kein Hüpfen. Das müssen wir nur da und vor allem... Oder entfiedelt ihn. Jetzt geht das zum Ende. Okay. Okay. Jetzt können wir damit erstmal die Drohne ausschalten. Au. 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 Du. Leider sind beim Regist ERIC. Ja, ich denke wohl schon. Ich könnte es mal hier wieder mit versuchen, aber ich habe was neben gemacht. Ist hier irgendein Ding, wo wir fallen können? Nee. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Für dich, oder? Ja. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. 20 von 22. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Ja, da geht man hier nicht durch. Ich bin für sowas wert. Voll funktionsfähig, na toll. Das freut mich ja sehr. Ja. Freut mich nicht so. Ja. 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 Und da wird das für uns falsch verbinden. Ja, das muss noch besser gehen. Ja. Ja. Ja, jetzt muss ich mir etwas wissen. Hüpfen, wenn du lehrt hast du. Ich habe noch gar nicht nachgedacht mit Potralen zu arbeiten. Ich habe noch gar nicht nachgedacht mit Potralen. Da müssen wir doch schon eins aktiviert haben. Das wird irgendwie mal so. Das ist doch so. Ich habe noch gar nicht nachgedacht. Mit Potalen können wir uns eins ersparen. Dann bauen wir hier mal noch zwei. Da kann man wahrscheinlich nichts bewirken. Da können wir einen zweiten Strahl durch das Portal. Ja genau. Den dritten Streifen durch das Portal. Genau so. Warum nicht für eine das Portal benutzen? Die Musik ist aber gerade etwas demnianzig. Das Portal ist nicht weit genug. Jetzt müssen wir das noch irgendwie gebündet kriegen. Jetzt kommen wir das auf die Mitte. Das andere hier noch irgendwie. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Was wenn das Orangene hier kommt? Und das wäre Schwachsinn Das eine auf alles ist schon keine schlechte Idee Wir positionieren immer die anderen zwei Das muss doch möglich sein Die ist mir ein bisschen falsch So kann es gehen Wenn wir das vielleicht anders hin Nein, das kriegen wir von dir gar nicht hin Bis mittlere Jahre Wenn wir dann den anderen Oof. Untertitelung des ZDF, 2020